Hallo liebe Freundinnen und Freunde und willkommen zu dieser neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute machen wir eine weitere Runde Badwars. Und... Doch, zuerst mache ich erstmal hier die Lotterie. Okay, 400 Coins nur. Ist das nicht so viel? Ich habe jetzt neulich 12.000 Coins mit einem Ding bekommen. Okay, dann machen wir einfach mal... Joa, hier Badwars und dann... Gehen wir mal hier rein. Gut. Nice. Die Map mag ich nicht, weil die ist so mini klein. Da kann man... Da gehen die Runden... Entweder die Runden gehen mega lang. Oder die gehen total kurz. Okay. Ich denke eher, dass die Runden beim... Äh, jetzt... Äh, äh... Was will ich sagen? Dass die Runden kurz gehen? So, das würde ich sagen. Wir sind rot. Okay. Dann wäre es nicht schlecht, wenn ich mir... Okay. Ich will einen, sich will einen. Das wäre nicht schlecht und das wäre nicht schlecht. Dann so, so und das. So. Ich hasse es, wenn die sich so hoch bauen. Ich will es nicht riskieren, so hoch zu gehen. Ganz oft. Nämlich. Okay, nice. Nein. Huh. So knapp. Okay. Nein. Okay. Dann ist es so. Nein, ich bin so doof. Uff. Wollblöcke kann man immer gebrochen. Äh, die Blöcke kann man immer gebrochen. Ja, genau. Die haben schon einen Bogen. Was ist das? Ernsthaft. Wow. Ich liebe die Runde jetzt schon. Ich spiele generell ohne Bogen. Nur in Runden, die richtig lange gehen. Uff. Ich habe ein bisschen Fastpitchen geübt. Jo. Ich versuche immer ohne Eisen zu spielen. Ich kann es nicht immer garantieren. Aber ich probiere es. Zumindest. Was? 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 Okay. GG. Das war's dann wohl. Okay. Das kommt hier hin und dann... So, ich hoffe mal... Nein, ersterhaft. Nein! Das war ein Fehler von mir. Hättest du das Bett weg? Doch nicht. So. Ernsthaft? Ich hasse es! Boah, da krieg ich immer so... Da rege ich mich immer so auf, wenn dann Leute mit dem Bogen spielen, dann... Einfach die Kombination aus Bogen und... Leuten, die dann nur mit Bronze-Sachen draufgehen. Die hasse ich, die Kombination. Fah... Nein! Okay. Nicht schlimm. Ich bin supergut. Ich kann das. Und ich mag Äpfel. Ich will das Bett von Grün haben. Wow. Wa... Was? Nein! Achso, ja. Puh... Es läuft nicht immer, immer, wie man möchte. Gelb darf ich nicht kriegen. Okay. Okay. Das war's dann wohl. Ja. Ich bin eher so der Typ, der mit... Nur mit Bronze-Sachen, nur mit einem... Nur mit einem... Der mit ein paar Blöcken... Einer Spitzhacke und... Äh... Nur mit dem Equipment renne ich vor. Ich weiß, das ist zwar nervig für die anderen, aber... Nein! Ja. Okay. Dann geht's einfach weiter. So, 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 so. Vielleicht soll ich einfach auch nur mit... Wow! Also wie gesagt, das ist meine längste Runde bisher mit dieser Map. Weil die meisten... Davor ging die längste Runde, glaube ich, immer irgendwie maximal... Keine Ahnung... Zehn Minuten. Was? Okay. Ja. Ist ja alles gut. Nicht schlimm. Dann kann ich mir hier Ausrüstung holen. Ich hab ein bisschen zu viel Ausrüstung. Lebt denn noch? Ich hab eine Idee. Soll ich versuchen? Soll ich versuchen? Ernsthaft? Boss Spam ist mega mies. Lass es doch einfach... Lass es doch einfach. Okay. Das war's dann wohl. Das habt ihr nicht gesehen. Ist ja ganz normal. Ich hasse Bo. Das regt so richtig auf. In so einer Situation würde ich auch ausnahmsweise mit Eisen spielen. Nur um diesen Typen wegzukriegen. Na, das war ein Fehler. Wow. Sorry, äh, Jungs. Nice. Okay. Boah, die Allergie von mir, die regt aber auch so auf. Nein! Wow. Fail. Okay. Schafe hasse ich auch so richtig. Boah. Die regen auch so richtig auf. Nein. Ich bin auch so der Typ, der eher, also bei mir gibt es zwei Taktiken. Entweder ich bin der Typ, der das Bett einbaut und der in der Camp hockt, der in der Base hockt und campt. Also nicht campt, aber, wie ist das, was ich meine? Dann einfach in der Base hockt und dann aufpasst, dass niemand kommt. Oder ich bin der Typ, der die ganze Zeit so durchrusht. Also so wie ich gerade aktuell. Okay. Okay. Nein. Nein! Der Typ ist fast runtergefallen. Ach, Mensch. Das war knapp. Okay. Okay. Schade. Okay. Dann kaufe ich mir jetzt nochmal Equipment. Das ist echt die längste Runde bisher auf dieser Map. Das regt auch auf. Wo ist er denn? Was? Nice. Okay, das ist runter. Okay, nice. Wow! Was? Nie, warte, 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 warte. Hat der ernsthaft ein... Stärke... Wow! Ich dachte echt gerade in einem kurzen Moment, dass ich brenne. Ernst, oh mein Gott. Okay. Ich dachte echt kurz, dass ich brenne. Aber anscheinend ist es dann doch nicht so. Ich hasse Leute, die mit... Also ich hasse... ...generell den Bogen. Nicht nur Leute, die mit dem spielen, sondern... ...generell die mit dem spielen. ...generell die mit dem spielen. ...generell die mit dem spielen. Dann geht's noch so. So. Hä? Okay. Haben wir noch einen Dieben? Riesenrot, ja. So. Was? Das hat den 13er Bogen? Ernsthaft? Der hat den Bogen für 13 Gold. Ich hasse das. Weil der hat da noch Rückstoß drauf, also Schlag. Ne, oder keine Ahnung, was das heißt, auf dem Bogen. Und das ist so ätzend. Wenn man Rückstoß da noch drauf hat, da kriege ich... Das ist für mich echt zu viel. Boah, bin ich erschrocken. Nein. Hans-Hafn-Bogen-Typ ist doof. Ich krieg echt die Krise. Vor allem, wieso können die... Ich versteh's nicht. Können die nicht mal angreifen und die Runde beenden? Ich find's ja okay, dass die... Ich hab's irgendwie aktuell auf gelb abgesehen. Hä? Hä? Ach so! Hä? Okay, grün kommt. Kann man auch irgendwie... Wow, eins fehlt. Ja, genau. Hä? 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 Ernsthaft? Das regt so auf. Ich brauche Essen. Wo ist der? Jetzt auf grün, jetzt auf grün. Das ist der Moment. Dankeschön. Ich werde das nämlich runterfallen. Okay, der hat den 13er Bogen. Ernsthaft? Wieso können die den nicht immer aufbauen? Junge! Das wird für mich echt hier langsam zu viel. Ich hasse solche Runden, die total lange gehen. Okay. Junge, könnt ihr mal aufhören. Okay, das war zu viel für mich. Puh. Meine Güte. Ähm, okay. Ja, ist jetzt weiter. Wo ist der? Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Können die mal aufhören? Oh, das war knapp. Ich hasse Leute. Den kriege ich runter. Nein! Hä? Achso, okay, gut, nice. Lack das oder wieso kommt die Nachricht erst jetzt? Okay, ich glaube, ich mache die Runde jetzt gleich zu Ende. Einfach. Ich hasse es, wenn Leute mit Burgern spielen. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Nice, jetzt. Das war ein Fehler. Nein! Nein! Das war die Chance des... Jahrhunderts. Junge. Okay, warte. Das ist grün, das ist grün. Okay, dann gehe ich jetzt zu grün. Oder soll ich zu gelb gehen? Ich gehe zu grün. Ich gehe jetzt gerade. Okay, nice. Okay, der hat mich gesehen. Okay, bye, bye. Das war's. Ich gehe umhoooach, meeeensch. Puh. Ich... Es regt mich so auf. Das ist auch noch die Allergie, die mich gerade eigentlich an die Nerven bringt. Boah. Okay, äh, äh, warte mal. Ne, ich kann die auch nicht sehen. Kann ich mal aufhören mit dem Bogen? Okay, das ist ja egal. Nein! Okay, dann geht's weiter. Tralalala. Ich liebe es. Bögen sind das Beste auf der Welt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bögen sind so super. Ich liebe... Mann! Können die mal aufhören? Die greifen! Junge! Junge! Vor allem, die greifen auch nicht an! Grün greift da nicht an, aber gelb! Ich bin echt kurz vorm Ragequid. Boah! Vor allem, wir sind jetzt auch schon fast 30 Minuten dran. Also nicht fast, aber 25 Minuten sind wir jetzt dran. Und tatsächlich auch die Leitern! Boah! Können die mal lassen. Ich weiß nicht, ob das das bringt, aber aus meiner Sicht bringt das nichts. Okay, das ist rot, okay, rot, das ist rot, das ist rot, das ist rot. Ja, genau, okay, das war's. Das war's, GG. It was a mistake. Okay, das war's, okay. Ich bin fast tot. Okay, GG. Okay, die Map, die finde ich so okay. Weil, ich finde... Ja, doch, eigentlich mag ich die Map. Also, die finde ich ganz gut, wenn diese Abstände hier von dem bis zur Mitte nicht ein bisschen größer wären. Also, nur ein bisschen, vielleicht, schade, noch vier, fünf Blöcke, mehr nicht. Das finde ich echt gut. Aber, sonst, joa. Okay, dann Slash Up. Die Kiste hab ich ja geöffnet. Da war ich echt kurz vor dem Rage Quit. Meine Güte. Ich hab... Ich hasse Bögen. Das regt so auf. Boah. Okay. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und damit sag ich aber auch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.